es muss machbar sein ich habe das als kind geschafft da muss das machbar sein normalerweise sollte man denken das was man als kind geschafft hat abgesehen von irgendwelchen gelenkischen sachen dass man das auch jetzt können sollte nun ja auf jeden fall ich muss diese komischen dinge damit am besten halten nicht gegen die teile fahren also die ufos wow wow ich bin begeistert von meinem start gehen wir jetzt nur auf den keks so schön dass ich das jetzt hier spiele während draußen noch schön hell ist ich sehe mich nämlich selbst momentan weil es dunkel ist ich weiß nicht ob ich hier drüber muss keine ahnung dankeschön ah uh abrund oh der ist bei mir auf der seite uiuiuiui da war irgendwie wieder ein speedfeld ich weiß nicht ob ich da links dran vorbeifahren kann das ist halt ein bisschen blöd hier bin ich eben reingefallen glaube ich oh das war knapp oh das war knapp oh scheiße ich muss das ich muss das jetzt schaffen aber wenn ich beim nächsten mal nicht schaffe dann werde ich wahrscheinlich die versuche rausschneiden bis ich schaffe aber ich wenn ich den super start hinkrieg und dann noch ein paar speedpads mitnehme dann sollte das eigentlich funktionieren nochmal es wird auch sehr schön mit auf zeit ich vergesse das ich hätte das wäre natürlich schneller gegangen wenn ich jetzt einfach in die zeit reingefahren wäre und dann auf neu start gedrückt hätte aber ihr habt ja zeit ich habe ja zeit wunderbar und mir ist kalt weil zum glück ich auch erst hier nach so der super start war schon mal gut ich war dem auch einfach so bäm hinten drauf ne das war sehr gut glaube ich ich meine da ist ein abgrund sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sie haben es viel heller Das ist unfair. Kack-Ufos, ey. Dieses Loch da, ne? Geh doch mal weg, du Pisser! Ah! Ja, 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 ja. Oh, mein Gott. Okay. Das war Glück. Das war sehr viel Glück. Aber dann wäre das schon mal geschafft. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt direkt die Zeit machen soll. Oder ob ich jetzt erstmal die Kisten einsammeln soll. Aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal die Zeit. So. Ich mache die Zeit als erstes, ja. Weil dann haben wir dann das Chillige im Nachhinein. Und ich bin jetzt auch so unter Adrenalin. Dann klappt das hier bestimmt. Der Hermes fährt hier vorbei. Hat er was für mich? Ich habe mir nämlich nur was bestellt, was eigentlich gestern erst abgeschickt wurde. Aber dann kann das eigentlich nicht sein, dass Mr. Hermes Paketbote das heute schon bringt. Weil Hermes ist nämlich extrem lame. Okay, die habe ich bekommen. Oh, zwei Sekunden. Ich sehe nichts. Wow. Ah, fuck. Aber das Gute ist, dass die Speedpads einen schon so ein bisschen in die Richtung drücken. Wo man hin muss. Ist mir mal so aufgefallen. Puh, das war auch knapp. Die habe ich bekommen. Oh, ja. Oh mein Gott. Ich denke, jedes Mal, der kommt auf der anderen Seite. Oh, ja. Okay. Oh, ja. ich weiß es nicht ja direkt gold auch gott ich bin so ein glückliches kind ich glaube ich spreche das jetzt direkt noch mal ab ich hatte nämlich angst dass mir irgendwie die konsole abschmiert warum auch immer na gut ist jetzt nicht so weit hergegriffen aber aber 153 das ist aber schon also 153 ist da 4 und 1 mit 147 habe ich gold bekommen also es ist nicht so ein großer unterschied da aber es kann natürlich auch sein dass das allgemein bei den rennleveln nicht so ein großer unterschied ist so erstmal abspeichern so 83 prozent das ist sehr schön und jetzt haben wir da alle kisten und dann gehen wir in den vierten überhaupt rum und machen da mal weiter so das läuft ja heute einigermaßen ich bin überrascht so alle kisten holen dann tuckern wir wieder ich würde jetzt sagen nicht so ganz so lahm wie vorher aber halt schon gemäßigt das ist ein bisschen schnell ich hab grad voll bock auf döner vielleicht kommt ja mein vater heute auf die idee irgendwie ja komm lass doch mal was beim dörermann bestellen so super bin ich voll dabei ziemlich öfters mal so wenn meine mutter irgendwas kocht was irgendwie also zu wo beziehungsweise ich und mein vater nicht so wirklich lust drauf haben zum beispiel kartoffeln mit möhren zerstampft finde ich nämlich nicht so geil einzeln ist okay aber so zusammen was muss denn sein da bin ich überhaupt kein fan von mein vater ist zum beispiel auch nicht gerne brühkartoffeln die ist ich aber relativ gerne mit dem ei dabei ist auch schön und kartoffeln mit ei das lecker oder zwei eier ist noch besser fällt jetzt soweit eigentlich gar nichts ein 10 jetzt haben wir über die hälfte ja das ufo einfach mal durch den bürger ist okay immer direkt wieder schön abbremsen 13 immer noch was soll das denn wo sind denn die restlichen ich weiß dass hinten am ende sind noch relativ viele kisten also drei auf jeden fall aber sechs kisten sind bestimmt am ende gut empfehlen jetzt nur noch zwei dann wären wir ja schon so weit ich dachte schon wir werden weiter hinten einige scheiße okay dann wäre das level auch fertig ich hatte gerade ein bisschen kirre ähm 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 Vielen Dank.